Radeln mit elektronischer Unterstützung, das wollen heute Stefanie Schüler und Heike Buray ausprobieren. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Hallo. Wir haben gehört bei In-Kammer E-Bikes Line, da würden wir uns ganz gern mal informieren. Ja, wir haben Elektrofahrräder jetzt in der zweiten Saison, haben die draußen stehen, ich kann sie Ihnen gerne gleich zeigen. Wie lange möchten Sie denn für den halben Tag zum Probieren oder den ganzen Tag oder wir hätten auch ein Angebot fürs Wochenende? Auf so einen halben Tag zum Schnuppern, genau. Okay, da kommt vielleicht das Angebot in Frage, das wir haben. Das sind drei Stunden das Fahrrad, die Route, die Sie fahren können, kann ich Ihnen gleich noch zeigen. Dazu gibt es dann in unserem Café einen Pott Kaffee und ein Basalstein. Wer das was interessiert, bekommst du. Das klingt doch gut. Das hört sich gut an, ja. So, das sind jetzt die beiden Fahrräder. Ich erkläre es Ihnen ganz kurz, das ist ganz einfach. Hier eine normale Handschaltung mit sieben Gängen. Und hier, das Entscheidende ist der Knopf hier oben, Power. Damit schalten Sie den Akku ein, also die Hilfe des Akkus. Es gibt drei Stufen, Eco, Standard und High. Bei Eco sind 50 Prozent Unterstützung, bei Standard 100 Prozent und bei High 150 Prozent. Sie merken, die Unterstützung kommt nur dann, wenn Sie treten. CO2 und schweißfrei durch die Rhön und weit darüber hinaus. Seit Juli 2010 kann man hier in Oberbach nahe Wildflecken E-Bikes leihen und damit weiterfahren, als der Akku reicht. Wir haben ein System eingerichtet mit verschiedenen Verleihstationen. Das heißt, Sie können auf 260 Kilometer quer durch die Rhön fahren, von Kissingen, Hamelburg, Gemünden, Bad Brückenau, über Bischofsheim, Bad Neustadt, Bad Kissingen wieder zurück. Ein Rundkurs. Und auf dem Kurs haben Sie alle 30, 40 Kilometer die Möglichkeit, den Akku zu wechseln. Das heißt, Sie können problemlos die Tour fahren. Ob gemütlich auf dem Main zur Rhönradweg oder den anspruchsvollen Kreuzberghoch, Steigungen sind mit der elektronischen Schubkraft gar kein Problem mehr. Und, wie hat es dir gefallen? Das war schön. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach ist. Die drei Stunden sind jetzt wie im Flug vergangen. Ja, das stimmt. Ist fast zu kurz. Wenn man da mal dabei ist, macht es richtig Spaß. Das machen wir wieder mal. Ja, auf jeden Fall. Suchen wir uns mal eine lange Tour aus. Vielleicht mal übers Wochenende oder so. Genau.